Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und dem Beagle. So, wir schauen uns jetzt hier unten endlich um. Denn ich glaube, mehr Little Sisters werde ich hier so weit nicht kriegen. Ich warte niemals zu verletzen. Ist das alles? Oh, wow. Das geht nicht so viel. Komm schon. Was? Wow, wow, wow. Lady, beruhigen Sie sich. Die Welt ist nicht in Ordnung, aber für dich jetzt schon. Ich meine, du bist tot. In Ordnung, es ist doch in Ordnung, oder? Ich try mal hacken. Nein. Das geht doch schon wieder. Leute, was ist das für eine Scheiße? Was war das denn jetzt für eine reudige Scheiße? Das ist echt mies gewesen. Oh, komm, das kannst du nicht sein. Oh, 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 oh. Und deswegen hasse ich Hacken auch einfach. Mann. 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 Manchmal zeigen sie mir nicht an, ob die jetzt halt tot sind und ähm, dann weiß ich halt auch nicht. Sie spielen Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Habe sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Cool. Also nicht das mit der Armee, sondern dass ich äh, drei Äppelkiss hatte. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Das ist der Big Daddy, den ich umgebracht habe. Nein, keine Gesellschaft für dich. Willkommen im Zirkus der Werte. Nein, nein, nein. Aber das, was ich finden wollte, habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Na ja, egal. Äh, was? Okay. Was ist mit deinem Kätzchen? Was ist mit deinem Kätzchen? Ja, ich kann mich schon mal nichts dafür. Was ist mit deinem Kätzchen? die sich gegenseitig ans bein okay ich komme aber glaube ich nicht mehr aber komme ich durch den gang ja ich komme ich denke der westler dran vorbeigelaufen aber ich wollte doch da gar nicht hin das ist ja der witz des ganzen das verdammte foto hat die schnauze ist der bei uns ich hab mich aus waren ich musste ich mal ganz schnell retten das sind nämlich überall gegner habe ich jetzt glück gehabt der war verpackt das kind an und du bist ja kleine schlaf gut kleine maus warte mal ich möchte aber ich kann er folgen wo geht sie denn hin ja wo bist du hin man weiß es nicht so recht man munkelt noch so schlaf gut bitte vorsichtig träum süß wir sehen uns bestimmt auch mal wieder so jetzt bin ich auch da wo ich eigentlich mal hin wollte die guten menschen von rapture sind nicht hier um uns regierungsknechten dabei zuzusehen wie wir geschäfte schließen und deren besitzer umbringen nicht mal solche üblen schurken wie von pain aber er hat sich selbst eingebaut anstatt es mit fassung zu tragen will der wahnsinnigen kugelhagel untergehen für wen hält er sich für john vane oder was wir können es noch in den griff bekommen wir machen folgendes wir suchen von fans testament und sorgen dafür dass sein besitz denen zugute kommt für die er bestimmt war er darf nicht in den taschen derer landen die ihn kalt gemacht haben nämlich in unseren faszinierend dass mcdonough auf einmal ein bisschen so anti ryan mäßig drauf ist ja das müsste irgendwo hier vorne tatsächlich sein das ist die treppe runter ne das ist da vorne irgendwo ne eves garden ja das müsste irgendwo hier vorne tatsächlich sein also wenn ich raus gehe quasi wieder richtung treppe hin und da muss das sein was ich noch nicht gesehen habe auch du suchst little sister ne ist ok ist ok ok wie sehr kann man im toten winkel einer kamera stehen so sehr ah aha schukbox am care mhm 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 oah mhm 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 Ah, okay. Amadou, das wird aber niemand kommen. Die meint mich, oder? Und wir waren gerade kurz vom goldenen Schuss! Gut, dass es hier nicht interessiert, wenn ich andere drumherum umbringe. Wo kriege ich einen Gathered Garden her? Ja. Eine sehr interessante Frage. Gathered Garden, da hinten irgendwo. Schauen wir doch mal. Da hinten! Und da ist auch der Teddyböhr! Ajo, Teddyböhr! Boah! Hypnotize Big Daddy! Oh, das ist süß! Jetzt kann ich endlich ein Kampfturnikum holen. Ein Gesundheitsupgrade könnte ich auch mal wiederholen. Ich kann aber kein... Die Plasmid interessiert mich nicht. Haben wir denn irgendwie... Abfackeln 2 ist geil. Winterblast 2... Winterblast 2... Winterblast 2... Winterblast 2. Winterblast 1... Winterblast 2... Winterblast 1. Winterblast 2... Winterblast 30. Winterblast 2... affected部分 eindeutig hackers fokus dann muss man sich mal anders machen das war ein technik okay damit bin ich aber jetzt brauche ich auch ein gen ding der bombe oder das ist ganz da hinten da bin ich hergegangen da bei meinem ziel ungefähr ist auch so ein kram na gut dann schauen wir mal ein trauriges gesicht ich weiß nicht ich glaube ich weiß nicht was ich von den mittels ist das halten ist dir nicht klar dass sie die kraft sind Der Kreis? Es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an dir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Damit hätten wir drei von vieren. Wann? Ich hab doch aber mindestens vier umgebracht. Das gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem! Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler! Ihr könnt mich allemal! Damit ihr's wisst, ihr alle! Kriegt doch das kleine Auto! Au, 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 au! Was? Alter, was? Hat der sie noch alle? Ach, hab ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich Bioshocken liebe? Was ist das? Ich glaube, ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Oh, ich bin mit eurem Bunnies. Wie mit meinen Bunnies. Ah, ist okay. Danke. Wo denn? Ja, da. Ganz schön frech. Ja, Mann. Aua. Von wo? Ach, im Dunkel, ne? Oh. Mann. Da war ja noch eine. Hast du dich wieder beruhigt? Ja. Ja. Muss ich? Na ja. Wow. Die Frage ist, wo muss ich hin? Nee, nicht springen. War nicht hier irgendwo? Wenn ich hier lang gehe, dann müsste ich zum... Wartet mal. Ha, 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 ha. Hacking Expert 2, bitte. Hacking Expert 2, bitte. Das erhöht massiv die Forschungspunkte. Boah, das finde ich geil. ... 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 Ah, wo ist er denn? Ja, ja, ich will ja auch nicht. Okay. Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchvogel zu machen? Sieh zu, dass du nach Herfestes kommst. Wärst du so freundlich, ein bisschen freundlicher zu mir zu sein, Atlas? Uh, ein Schlüssel. Also, was ist jetzt? Ach, mit Kuh wechselt man die auch durch. Faszinierend. Aber den Code habe ich jetzt leider nicht. Kann ich leider nicht hacken, was ich ein bisschen unverfremde, wenn ich ehrlich bin. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und dann wollen wir doch mal schauen, was sich da mit Andrew Ryan ergibt. Wie ich uns dadurch... Also... Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, der Zirkus der Werte. Es ist beschissen, schwer zu hacken. Ich würde sagen, hier ist eine super gute Position. Also, ihr Lieben, haut rein.